Ich darf Sie herzlich willkommen heißen an einem sonnigen Sonntagnachmittag. Danke, dass Sie trotzdem so zahlreich zu mir gefunden haben. Es geht heute um das Thema Ökonomie 4.0. Worum geht es dabei? Ja, Sie haben vielleicht in letzter Zeit öfters mal gehört über Industrie 4.0. Ja, gehen wir einfach mal durch diese verschiedenen Revolutionen, die unsere industrielle Produktion hinter sich hat. Die erste industrielle Revolution fing an mit der Dampfmaschine im Grunde genommen. Man konnte also automatisieren. Die zweite dann hat uns in die Phase der Massenproduktion geführt, also Fließbandproduktion, wie man auch so schön sagt. Die dritte dann hat profitiert vom Einsatz von Elektronik und von Computern. Und die vierte beruht nun letzten Endes auf der Vernetzung von Maschinen miteinander, aber auch Vernetzung von Arbeitern und Maschinen. Und insofern fühlt uns das zu einer Situation, wo letztendlich die Prozesse steuerbar sind von elektronischen Geräten, wie zum Beispiel solchen Handhelds oder iPads oder was auch immer das ist. Und naja, das würde uns vielleicht gar nicht so sehr aufregen, denn heutzutage benutzen wir das iPhone auch, um unser Radio zu steuern oder unseren Fernseher, vielleicht auch die Kaffeemaschine oder den Kühlschrank, je nachdem wie modern sie eingerichtet sind. Und es soll jetzt auch mittlerweile Dampfkochtöpfe mit Absteuerung geben. Ja, das zieht also mittlerweile auch ein in die Industrie. Und wenn das alles wäre, was es darüber zu erzählen gäbe, dann wären wir jetzt schon fertig. Ein bisschen mehr Power wird gewünscht, können wir gerne machen. Was ich Ihnen heute gerne mitteilen möchte, ist, dass die Informations- und Kommunikationstechnologien nicht nur unsere Computer schneller und kleiner machen und unsere Smartphones immer intelligenter, sondern sie werden unsere Wirtschaft und Gesellschaft fundamental transformieren. Alle unsere Institutionen wird das betreffen. Und das hängt damit zusammen, dass wir das sogenannte Mooshe Gesetz haben, demzufolge die Rechenleistung von Computern exponentiell zunimmt oder sogar noch schneller. Und wir kommen jetzt in eine Situation, wo innerhalb der nächsten 10, 15 Jahre Computer die Leistungsfähigkeit des menschlichen Gehirns erreichen werden. Ja, Sie haben sicherlich gelesen von dem Human Brain Project, das die EPFL macht. Das hat seinen Grund, warum das jetzt passiert. Das hängt genau damit zusammen. Als ich das erste Mal diese Grafik gesehen habe, war ich schockiert. Sind die Menschen wirklich dabei, sich als Krone der Schöpfung vom Sockel zu stoßen und sich ersetzen zu lassen durch Computer und Roboter? Es sieht fast danach aus, und das hat natürlich schwerwiegende Konsequenzen. Vor einigen Jahren haben wir schon gesehen, dass Computer die besten Schachspieler geschlagen haben. Mittlerweile haben wir IBM Watson und die schlagen auch Menschen in Spielshows, sind also anscheinend intelligenter als wir. Sie können auch normale Sprache verstehen, deswegen werden sie jetzt eingesetzt für Service-Hotlines. Also wenn Sie mittlerweile irgendwo bei der Firma Auskunft haben möchten, und wie ein Problem zu beheben ist, vielleicht haben Sie es am Ende mit IBM Watson zu tun, auch wenn es vielleicht eine angenehme Frauenstimme ist, die dahinter steckt. Das funktioniert angeblich besser, als dass echte Menschen sozusagen liefern können. Und das heißt insbesondere, dass natürlich auch Arbeitsplätze verloren gehen werden. IBM investiert jetzt eine ganze Milliarde in dieses System, um letzten Endes mal Geschäftsfelder zu erschließen. Aber wir stehen vor einer zweiten Revolution, der Big Data Revolution. Mittlerweile werden von unseren Computern, dem Internet, den Smartphones, so viel Data produziert in einem Jahr wie in der gesamten Menschheitsgeschichte zusammen. Das heißt, uns steht ein Data-Tsunami bevor. Und was wird der nun letzten Endes bewirken? Ich denke, wir werden sehr viele gravierende Änderungen sehen. Das wird auch letzten Endes das Erziehungssystem betreffen, Schulen und Universitäten, die Art und Weise, wie wir lehren. Es wird also personalisierte Erziehung geben, abgestimmt auf die Interessen und individuellen Fähigkeiten. Wir sehen, dass sich unsere Forschung ändert. Mit Big Data können wir nun datengetriebene Forschung betreiben. Auch die Art und Weise, wie wir uns fortbewegen, wird sich ändern. Wir werden selbstfahrende Fahrzeuge haben. Vielleicht in kurzen werden Sie ein Google Car oder auch entsprechende Fahrzeuge von Mercedes kaufen. Und dann müssen Sie sich also nicht mehr in den Stau hineinbegeben, sondern legen einfach Ihren Einkaufszettel sozusagen ins Handschuhfach und schicken Ihr Auto zum Shop. Und das kommt dann hoffentlich mit den Waren zurück, die Sie haben wollten. Können Sie natürlich auch einfacher haben, denn heutzutage kommen wir oft schon bei Amazon, bei Ebay ein und Sie bekommen dann einfach die Sachen nach Hause geliefert. Sie buchen Ihren Urlaub dort, Ihre Flugreisen, was auch immer. Also wir sehen, wie stark wirklich alles im Umbruch begriffen ist. Auch die Produktion. 3D-Printer werden kommen. Sie können Dinge jetzt zu Hause produzieren, wenn Sie wollen. Das Gesundheitssystem wird sich ändern mit personalisierter Medizin, während Medikamente abgestimmt haben auf die einzelnen Patienten, sodass sie besser wirken. Aber dass letzten Endes auch die Nebenwirkungen minimiert werden. Das wird auf der Basis von genetischen Daten, von Gesundheitsdaten und Verhaltensdaten wahrscheinlich geschehen. Die Politik wird sich ändern, die Bürger möchten mehr Mietspracherecht in vielen Teilen der Welt und auch natürlich die Ökonomie. Und darum wird es in meinem Vorfeld sehr punktmäßig geben. Das Finanzbusiness ist nicht mehr das, was es war. Wir sehen, dass die Finanztransaktionen nicht mehr nur durch Backen durchgeführt werden, sondern wir haben heutzutage PayPal, Bitcoins und was weiß ich noch alles. Und auch das Versicherungsbusiness hat sich geändert. Viele Versicherungen sind heutzutage über Finanzderivate, wie zum Beispiel Credit Defaults. Und letzten Endes wird sich auch der Krieg ändern in Richtung Cyberwar. Das heißt, man könnte sagen, groß und ganz und kein Stein bleibt auf dem anderen, alles wird sich ändern. Und das muss man sich schon zu Herzen nehmen, wenn man sich das in historischer Perspektive anschaut. Da hatten wir nämlich verschiedene Phasen unserer Wirtschaftsproduktion. Klassischerweise drei verschiedene Sektoren, von denen man spricht. Den Agrarsektor, den Industriesektor und den Service-Sektor. Es kommt ein vierter dazu, das ist der Sektor der Informations- und Wissensproduktion. Ja, auch der digitale Sektor genannt. Ja, und 1850, da hatten wir noch 65% der Arbeitsplätze im Agrarbereich, in den Vereinigten Staaten, das liegt jetzt bei drei bis fünf Prozent. Also es ist fast nichts mehr. Das wurde natürlich zum Teil ausgeglichen durch die Industrieproduktion. Es ging erst mal nach oben. Mittlerweile allerdings auch am Abklingen. Man wird sich nochmal um 50% reduzieren. Dann haben wir hier den Service-Sektor, der hat sehr viel davon aufgefangen. Aber wenn wir jetzt berücksichtigen, dass ein Futter-Sektor aufkommt, nicht der digitale Sektor, dann sehen wir, dass sich dieser Sektor hier schon in der Sättigung befindet und wo letzten Endes jetzt abfallen wird. Das sind also letzten Endes die Trends. Und man kann vielleicht damit rechnen, dass in etwa 20 Jahren die Summe von Arbeitsplätzen im Agrarsektor, im Industriesektor und im Service-Sektor bei, naja, sagen wir, 5 plus 10 plus 25 Prozent, also etwa 40 Prozent liegen werden. Nur 40 Prozent der Arbeitsplätze in den drei klassischen Sektoren. Und das heißt, alle anderen Arbeitsplätze müssen wir in dem neuen, vierten Sektor schaffen. Und dazu müssen wir letzten Endes uns wirklich steuerlich vorbereiten, denn 20 Jahre sind nicht viel. Wie stark die Wucht dieser neuen technologischen Revolution ist, erkennt man am Beispiel von Kodak. Kodak, eine Weltfirma, 130.000 Mitarbeiter, hat die meisten Patente für die Digitalkamera, aber hat es nicht geschafft, sie schnell genug zu transformieren in eine moderne, digitale Firma und ist pleite gegangen. Und das transformiert auch regelrecht die Städte in Amerika. Detroit zum Beispiel, ja, einst eine große Automobilproduktionsstätte, ist wirklich am zerfallen und selbst Kalifornien ist eigentlich pleite. Wir können uns das nochmal in einem etwas größeren Rahmen anschauen, historisch. Und da haben wir in verschiedenen Farben verschiedene Dinge dargestellt. Ja, diese Übergänge von einem Sektor zum anderen gehen selten glatt. Wir sehen also hier insbesondere, dass wir verschiedene Revolutionen und Kriege haben, das würden wir gerne vermeiden, deswegen reden wir auch miteinander drüber, damit wir uns präparieren für diese Änderung und das möglichst vermeiden können. Dann haben wir hier diese verschiedenen Gesellschaftsformen, die Agrargesellschaft, die VDA-Gesellschaft, die Industriegesellschaft, die Servicegesellschaft und die Businessgesellschaft oder Digitale Gesellschaft. Und die interessante Sache ist, wie sind die organisiert? Ja, am Anfang beginnt es vielleicht mit Anarchie, also nicht viel Ordnung im System. Jeder macht das, was er für richtig hält. Dann kommt schließlich hier diese Ludwig XIV. Ja, der Staat bin ich, der entscheidet alles top-down. Die industrielle Revolution hat dann letzten Endes die Entscheidungsgewalt in die Hände der Industrieunternehmen gelegt, also bottom-up. Das hat auch nicht perfekt funktioniert heutzutage. Die große Frage haben wir deswegen Administrationen, die Rahmenbedingungen setzen, wo ja mein Ansatz sehr stark auf Optimierung ausgerichtet ist. Und die große Frage ist, ja, was kommt als nächstes? Und da kann man jetzt nur spekulieren. Das versuchen wir natürlich qualifiziert zu tun. Und ich denke, es läuft hinaus auf etwas, das wir als kollektive Intelligenz bezeichnen können. ermöglicht durch Informationstechnologien. So, ich wollte Ihnen keine Angst einjagen. Während das wirklich ein ernstes Szenario ist, ist es so, dass diese Änderungen auch große Chancen mit sich bringen für die Zukunft. Und leider Gottes will die Technologie nicht, dass ich Ihnen über diese Chancen erzähle. Aber wir lassen uns nicht einschüchtert. So, also riesige Potenziale. Die möchte ich in den Vordergrund stellen. Und diese Grafik hier wurde von McKinsey erstellt und die besagt uns, was die Chancen alleine von Open Data sind. Drei bis fünf Billiarden Dollar pro Jahr. Und das ist ja schon mal nicht schlecht, würde ich sagen. Also sehen wir zu, dass wir als Schweiz uns möglichst ein großes Tortenstück davon abschneiden. Was müssen wir aber tun, um letzten Endes dieses Wirtschaftspotenzial aufzuschließen? Um das zu erläutern, erzähle ich erst einmal vom Automobilzeitalter. Das können wir besser beurteilen, weil das haben wir quasi in großen Teilen schon hinter uns. Dort mussten wir zunächst einmal lernen, wie man Explosionen umwandelt in gerichtete Energie. Also die Naturgewalten zähmen, das haben wir getan durch die Erfindung des Motors. Aber mit dem Motor ist es nicht getan. Wir müssen auch das Auto erfinden. Ganz schön kompliziert, wie man sieht. Und das ist noch nicht die Oberklasse. Dann die Massenproduktion müssen wir erfinden. Wir müssen öffentliche Straßen bauen, Infrastrukturen, Tankstellen. Wir müssen auch lernen, erst einmal das Öl zu raffinieren. In Benzin. Wir müssen Parkplätze bauen. Wir müssen Fahrschulen einrichten. Führerscheine auskendigen. Wir müssen Verkehrsregeln einführen. Schließlich auch jemanden, der überwacht, dass sie eingehalten werden. Und das ist wahrscheinlich noch nicht mal alles. Also es braucht unwahrscheinlich viele Infrastrukturen und Institutionen, damit ein solches Zeitalter, wie das Automobilzeitalter, erfolgreich sein kann. Stellt sich also die Frage, was brauchen wir, damit das digitale Zeitalter gleichermaßen erfolgreich sein wird? Sicherlich werden wir ähnlich investieren müssen, wie in die Infrastruktur des Automobilzeitalters. Das sind einige Milliarden im Jahr. Die Frage ist, haben wir uns eigentlich gut vorbereitet auf das neue Zeitalter, was da kommt? Und was sind eigentlich die Probleme, die wir lösen müssen, die wir bisher nicht in den Griff bekommen haben? Ich beginne zunächst einmal mit einem schönen Beispiel, wo es funktioniert. Fußgängerströme unter Normalsituationen organisieren sich von selber. Da sehen wir, dass diese entgegengesetzten Ströme sich voneinander separieren. Es gibt also wenig Behinderungen. Und wir können sagen, naja, wie von magischer Hand wird hier die Ordnung geschaffen. Und insofern spricht man da auch von der unsichtbaren Hand. Sie kennen das vielleicht von Adam Smith. Leider Gottes funktioniert das nicht immer. Die Life-Berate-Katastrophe hat es uns vor Augen geführt. Leider können diese Systeme auch außer Kontrolle geraten. Also die Selbstorganisation führt nicht immer zu gewünschten Ergebnissen. Wie wir das auch von verschiedenen sozialen Dilemmasituationen kennen, die in Tragyrien der Allgemeingüterat enden. Etwa Ausbeutung der Umwelt oder Umweltverschmutzung oder Überfischung oder globale Erwärmung. Gehen wir davon aus, keiner möchte den Planeten zerstören. Und trotzdem passieren Dinge, die wir nicht für gut halten können. Und die Frage ist, warum ist das so? Warum kriegen wir das nicht in den Griff? Kooperation wäre günstig für alle. Aber sie scheint nicht stabil zu sein. Und um Ihnen die Gründe zu erklären, bringe ich Ihnen ein anderes Beispiel, was wir aus dem Alltag hin besser verstehen können. Es ist eigentlich nicht schwierig, im Kreis zu fahren. Wohl man denken. Bisher geht es auch sehr gut hier. Aber dann, nach einiger Zeit werden wir sehen, entsteht so eine kleine zufällige Störung im Verkehrsfluss. Zack, und jetzt haben wir schon den Stau. Die Fahrzeuge müssen alle anhalten. Und man fragt sich eigentlich, was ist da los? Stau aus dem Nichts. Kein Unfall, keine Baustelle. Einfach da, dann wird es nicht wieder los. Ja, da würde man jetzt wahrscheinlich hingehen als Soziologe und die Autofahrer fragen, also, was ist denn da eigentlich passiert? Und wahrscheinlich würden die Autofahrer sagen, ja, da war irgend so ein Idiot vor mir, der nicht wirklich alle fahren wollte. Nun, von der physikalischen Perspektive wissen wir es besser. Und wir wissen, wenn die Dichte zu hoch wird, dann werden die Abstände gering. Die Geschwindigkeiten schwanken immer ein bisschen. Wir reagieren mit Verzögerung darauf, um die Verzögerung auszugleichen, damit wir keinen Unfall bauen, müssen wir ein bisschen stärker bremsen. Und der nächste noch stärker. Und der übernächste noch stärker. Das heißt, wir haben dann eine Kettenreaktion, und am Ende passiert das, was keiner will, die Fahrzeuge kommen zum Stehen. Das ist jetzt ein besonders gutes Beispiel für ein Phänomen, was wir systemische Instabilität nennen. Ein System, in dem, selbst wenn alle bestens ausgebildet sind, die Informationen haben, die es zu brauchen scheint, die richtige Technologie und die allerbesten Absichten. Wenn das System sich in einem instabilen Zustand befindet, können Sie sich bemühen, wie Sie wollen. Früher oder später wird es außer Kontrolle geraten. Und dann passiert letzten Endes die Katastrophe. Beim Stau ist sie nicht ganz so groß, die Katastrophe. Und dieses Beispiel soll jetzt ein bisschen illustrieren, dass wirklich eine einzelne Störung ausreichen kann, um ein solches System, das Kettenreaktionen zeigt, aus dem Gleichgewicht zu bringen und sozusagen die ganze Welt durcheinander bringen kann. Sie würden vielleicht sagen, naja, vielleicht ist es doch etwas übertrieben, aber nein, keineswegs. Hier ist ein Beispiel aus der echten Welt. Die Bankrotte von Banken in den USA, nachdem Lehman Brothers Bankrotte ging. Und da sehen Sie nun, dass innerhalb von einigen Monaten hunderte von Banken bleiben gegangen sind, hunderte von Milliarden Dollar an Verlusten entstanden sind. Genau das gleiche Phänomen. Das ist eines dieser Probleme, das wir gerne vermeiden wollen. Wir wollen Instabilitäten überwinden. Und was können wir tun? Ich meine, vor diesem Problem steht die Politik jeden Tag, aber auch das Management für Firmen. Der klassische Ansatz ist, dass man sagt, ja, Mensch, wir müssen diese Komplexität kontrollieren, wir müssen sie in den Griff bekommen. Und, na gut, dann versucht man das. Und man schafft Strukturen, die letzten Endes machtvoll sind. Und man schafft Vorschriften. Die Anzahl der Gesetze explodiert geradezu. So gut können sie nicht sein. Wir haben Zehntausende, aber sie sind nie gut genug. Deswegen haben wir jedes Jahr hunderte von Gesetzen mehr. Dann brauchen wir Institutionen, die dafür sorgen, dass sie eingehalten werden und das Ergebnis ist, dass wir überreguliert sind und dass wir vor Schuldenbergen stehen, die man kaum noch bezahlen kann. Mit Ausnahme der Schweiz. Man sagt, es sind alle Industrienationen wirklich überschuldet. Es ist über beide Ohren 100 bis 200 Prozent des Bruttosozialproduktes an Schulden. Kein Mensch hat jemals gesagt, wie wir die zurückzahlen sollen. Das ist mir auch ein Rätsel, wie das passieren soll. Die Frage ist also, können wir so weitermachen wie bisher? Und ich denke, nein, das wird nicht gut gehen. Und insofern sollten wir vielleicht jemandem zuhören, der hier auch an der ETH Zürich gearbeitet hat für einige Zeit, Albert Einstein, der für kluge Ideen bekannt ist. Der sagte, wir können die Probleme nicht mit der gleichen Art des Denkens lösen, die sie produziert haben. Und das bedeutet letzten Endes, dass wir umdenken müssen. Das Problem sind wir. Die Art und Weise, wie wir an die Probleme herangehen. Und deswegen möchte ich eigentlich ein bisschen Werbung machen für ein neues, großartiges Wissenschaftsprogramm. Nachdem wir jetzt das letzte Elementarteilchen, das Higgs-Teilchen gefunden haben, können wir uns ja große neue Challenges suchen. Da werden ja viele Milliarden reingesteckt. Und darum sollen wir das nicht letzten Endes tun, um unsere Gesellschaft besser managen zu können, die Probleme, die wir haben. Nun, wie kann es letzten Endes funktionieren? Dafür ist diese Grafik sehr wichtig. Was Sie hier sehen, ist die Zunahme der Leistungsfähigkeit von Computern mit der Blahnkurve. Und wir sehen eine grüne Kurve, die zeigt, wie die Datenmengen zunehmen. Da sieht man, die Datenmengen nehmen schneller zu, die überholen also die Prozessorleistung von Computern. Das bringt uns als letzten Endes von einer Situation, wo wir nicht genügend Daten hatten, um gute Entscheidungen zu treffen. In einer Situation, wo wir so viele Daten haben, dass wir sie gar nicht mehr anschauen können. Also die NSA hat sich gerade noch gefreut, aber weil es sind wir irgendwie in dieser Situation, wo wir gar nicht mehr in diese Daten reinschauen können. Und das bedeutet, wir werden bestimmten Problemen viel zu viel Aufmerksamkeit zuwenden und andere Probleme werden wir übersehen. Aber noch viel wichtiger ist diese rote Kurve. In dem Moment, wo wir unsere Welt immer mehr vernetzen, entstehen immer mehr neue Möglichkeiten zu Vernetzung. Und das bedeutet, die Systemkomplexität nimmt zu. Und zwar viel schneller als die Daten über diese Systeme und auch noch viel schneller als die Prozessorleistung. Das heißt, diese Systeme können wir unmöglich top-down optimieren. Das werden wir glatt vergessen. Das funktioniert nicht. Und wir beobachten das ja auch. Also oft genug wird es versucht und es funktioniert einfach nicht. Zum Glück gibt es eine Alternative. Und das ist letzten Endes die Selbstregulierung. Die Schlussfolgerung ist also, je mehr die Komplexität des Systems zunimmt, desto mehr Autonomie müssen wir den einzelnen Bestandteilen des Systems zugestehen. Und dann die richtigen Spielregeln haben, damit diese Bestandteile gut miteinander zusammenspielen. Und das kommt letzten Endes zurück auf eine 300 Jahre alte Idee. Das erste Mal vielleicht schön in der Farbe der Bienen. Und wir sehen das oft in der Natur, dass auf magische Art und Weise so schöne Selbstorganisationsmuster entstehen, die gar nicht von außen top-down gesteuert werden. Adam Smith hat darüber geschrieben, wir kennen das Prinzip als unsichtbare Handlung. Das Problem ist nur, wie ich schon gesagt habe, es funktioniert einfach nicht immer diese Idee. Manchmal schon, aber nicht immer. Und was ich nun letzten Endes behaupte, ist, wir können sie aber zum Funktionieren bringen. Wir können sie bauen. Und zwar mit dem Internet der Dinge, was jetzt verfügbar wird. Wir haben jetzt letzten Endes Sensornetzwerke, die entstehen. Und das bedeutet wieder Messfühler für Temperatur, für Lautstärke, für Feuchtigkeit, für chemische Schadstoffe, für biologische Gefahren und so weiter und so fort. Sogar für die Glücklichkeit der Menschen. Das alles können wir messen. Und diese Messsensoren, die sind miteinander vernetzbar, letzten Endes. Und das wird das Internet der Dinge produzieren. Das Internet der Dinge macht es dann möglich, in Echtzeit unsere Fragen zu beantworten. Sozusagen ein Google 2.0, könnte man sagen. Wenn Sie heutzutage eine Frage an Google richten, dann schaut Google in einer Datenbank nach. Und das sind letzten Endes alte Daten, die gesammelt worden sind. In Zukunft wird Ihre Frage einen Messprozess auslösen und in Echtzeit letzten Endes eine Antwort liefern. Und mit diesen Echtzeitmessungen können wir dann Feedback-Loops sozusagen ins System einführen, das erlauben, in Echtzeit sich anzupassen an die tatsächliche Situation. Und damit werden letzten Endes eben auch viele Dinge messbar und erkennbar, die vorher außerhalb des Messbaren waren. Aber es lassen sich eben auch die Probleme überwinden. Ich zeige Ihnen hier eine Computersimulation von Stop-and-Go-Verkehr. Und nachdem wir verstanden haben, wie es überhaupt dazu kommt, werden wir den Stau einfach abschaffen. Mit genau diesem Prinzip. Wir werden die Autos ausstatten mit Messsensoren, nämlich Radarsensoren. Die messen die Abstände und Relativgeschwindigkeiten und lassen einen Fahrzeug automatisch fahren. So, ich habe ein ganz besonderes Auto. Das kann man nämlich in einen Kubschrauber umwandeln. Hätten Sie bestimmt auch gerne. Sehen wir jetzt, dass diese Fahrzeuge, die hier auf der Autobahn drauf wollen, kleine Störungen im Verkehrsfluss produzieren. Die schaukeln sich auf und produzieren anstatt im Kaufverkehr. Und das wollen wir natürlich nicht. Und deswegen schalten wir jetzt dieses Verkehrsleistungsassistenzsystem an, was ich gerade beschrieben habe. Das heißt, die Radarsensoren steuern letzten Endes das Auto selber. Und wir sehen, dass jetzt innerhalb von kürzester Zeit hier dieser Stau sich in Luft auflöst. Also, es ist möglich, diese Selbstregulierung zu bauen. Wir haben das zusammen mit VW übrigens gemacht. und das funktioniert wunderbar. Wenn Sie da einen Straßenverkehr erledigt haben. So. Jetzt ist die Frage, wie funktioniert das eigentlich in komplizierterem System? Also zum Beispiel im Stadtverkehr. Da klagen wir uns ja noch viel mehr mit Staus herum. Und da möchte ich jetzt drei verschiedene Organisationsprinzipien miteinander vergleichen. Das erste ist das, was wir heutzutage noch haben. Das ist die Top-Down-Steuerung. Die versucht, den Stadtverkehr zu optimieren über eine Verkehrsleitzentrale, die Daten überall aus der Stadt sammelt. Da gibt es also Messsensoren unter der Straße und die schicken ihre Daten zu dieser Verkehrszentrale. Die ist ziemlich teuer, die kostet einige Millionen, denke ich. und dort versucht man optimale Steuerung herauszufinden und das wird dann in der gesamten Stadt implementiert. Wir könnten das als den wohlwollenden Diktator bezeichnen. Also versucht, den Job eben so gut wie möglich zu machen. Das wollen wir jetzt mal vergleichen mit einer Bottom-Up-Selbstorganisation, wie wir das in der Ökonomie mal als gegeben annehmen, wo jede Straßenkreuzung separat die Wartezeiten minimiert. Also mathematisch ist es machbar, ist es nicht so furchtbar schwierig, trotzdem möchte ich Ihnen die Formel hier ersparen. Und dann haben wir hier noch ein drittes Prinzip, da versuchen wir das gleiche, aber wir nehmen Rücksicht auf die Nachbarn. Nämlich dann, wenn die Warteschlange zu lang wird, dann bedienen wir erstmal die, selbst dann, wenn die die Wartezeiten nicht minimiert werden. Also eine rücksichtsvolle Optimierung. Jetzt schauen wir einfach mal, was dabei herauskommt. Wir fangen an mit dieser roten Kurde. Und das ist diese Top-Down-Regulierung. Wenn wir die Befüllung der Straße, der Kreuzung erhöhen, dann erhöht sich natürlich auch die Warteschlangenlänge der Fahrzeuge. Das ist klar. Und das wollen wir jetzt mal vergleichen mit dieser Selbststeuerung, wo jede Kreuzung tatsächlich die Wartezeiten zu minimieren versucht. Und da sehen wir, Mensch, das ist ja viel besser. Wesentlich kürzere Warteschlangen. Zündig erstaunlich. Allerdings, während das sozusagen hier vorne wunderbar funktioniert, also Adams Miss- und Sichtbare-Hand wirksam ist, stellen wir fest, was ist denn hier los? Da erhöhen sich diese Warteschlangenlängen, wird sich ganz dramatisch und explodieren und dann sagt natürlich die Verkehrszentrale ha ha ha, deswegen gibt es ja uns, weil das ansonsten mit der Koordination nicht klappt. Aber jetzt schauen wir uns mal das dritte Prinzip an. Also hier hinten funktioniert die Selbstorganisation eben nicht. Jedoch, wenn wir also Rücksicht nehmen bei der Minimierung der Wartezeiten auf die Nachbarkreuzung, dann sehen wir, dass wir viel besser sind als diese Top-Down-Regulierung und zwar über den gesamten Bereich entdeckt. Also wir können sagen, dass die Bottom-Up-Selbstregulierung besser dasteht als diese Top-Down-Optimierung. Das liegt daran, dass die Top-Down-Optimierung nicht in Echtzeiten optimieren kann. Das Optimierungsproblem ist schon zu kompliziert, dass es mit einem Supercomputer in Echtzeit geschafft werden kann. Stattdessen haben wir hier flexibel auf die tatsächliche Verkehrslage reagiert. Also wenn man nicht planen und nicht optimieren kann, dann muss man flexibel auf die Situation reagieren. Und das ist eben den klassischen Ansätzen überlegen. Und so können wir diese unsichtbare Hand plötzlich eben wirksam machen. Wir können sie bauen. Diese Dezentralisierung erlaubt es uns, die Komplexität nicht nur zu bewältigen, sondern auch zu nutzen, auch die Diversität. Sie sehen und sie sehen dass hier wunderbare grüne Wellen entstehen. Da fahren also diese Fahrzeugpulks für mehrere Ampeln ohne anhalten zu müssen. Das ist gesteuert durch ein Prinzip, was wir gelernt haben von Fußgängerströmen. An Engstellen sieht man nämlich, dass die Fußgänger mal in die eine Richtung gehen, mal in die andere. Als wäre dort eine Fußgängerampel installiert. Aber das ist oft nicht der Fall. Und deswegen haben wir gesagt, kann man dieses Prinzip, das diese Oszillation produziert, nicht benutzen, um eine Ampelsteuerung zu definieren, wo die Verkehrsströme die Ampeln steuern. Und genau das tun wir hier und das funktioniert ganz wunderbar. Da können sie natürlich sagen, naja, alles Theorie, wie ist es denn in Wirklichkeit? Und damals habe ich in Dresden gearbeitet und wir haben uns an die Verkehrsleitzentrale gewarnt, wir haben gesagt, ja, wir hätten was für sie. Das ist der Bereich, womit wir nicht zufrieden sind. Sehen Sie schon, sehr kompliziertes Straßennetz, es gab auch eine Ausschreibung, viele Ingenieurbüros haben sich daran beteiligt, beste Angebot wurde genommen, viele Millionen hat es bestimmt gekostet und das ist tatsächlich moderne Steuerung, das heißt, man hat hier grüne Wellen installiert auf diesen zwei Arterien, und die sind sogar adaptiv. Also kann man nicht meckern, das Problem ist nur, es gibt eben ziemlich viele Trams und Busse, die wollen da auch durch dieses Gebiet durch und die Verkehrsleitzentrale möchte eigentlich den öffentlichen Verkehr priorisieren. Jetzt stellen Sie sich an, jedes Mal, wenn ein Tram ankommt, an einer Kreuzung, geben Sie einfach Vorfahrt, zerstört sofort Ihre wunderschöne grüne Welle. Und das verursacht letzten Endes in Nullkomman Nix ein Riesenstau in der gesamten Stadt mit Geschick. Das heißt, Priorisieren von öffentlichen Verkehr, dachte man, ist nicht machbar, ist einfach nicht umsetzbar. Und wir haben es geschafft. Da sehen Sie, das ist, was im Moment läuft, also sieht nach mehr Stau aus, Trams gehen später, das ist das, was wir gemacht haben. Und da sagen Sie jetzt natürlich, ja, haben Sie bestimmt gut so hingedreht, dass das gerade gut aussieht, aber wir sind natürlich Wissenschaftler und keine Verkäufer und deswegen müssen wir uns die Statistik anschauen. Und das Erstaunliche ist, dass obwohl wir tatsächlich den öffentlichen Verkehr hier priorisieren, dramatische Verbesserungen hinbekommen, leidet der Individualverkehr nicht davon aus, sondern hat immer noch Verbesserungen durch unsere Flexibilität, die wir im System haben, gegenüber der optimierten Planung, die wir heutzutage im Einsatz haben. Und auch die Fußgänger und die Fahrradfahrer profitieren davon und by the way auch die Umwelt. Das ist natürlich ziemlich erstaunlich, dass es wirklich ein Durchbruch ist, es ist ein Paradigmenwechsel, wie man letzten Endes Systeme besser managen kann. Bottom up, durch Selbstrequilierung, riesige Effizienz gewinnen. Und die Frage ist, können wir das Prinzip nicht letzten Endes auf unsere gesamte Wirtschaft und Gesellschaft übertragen? Und ich denke, das steht uns genau bevor, ein riesiges Potenzial, aber wir müssen lernen, wie man es tut. Und der Mensch ist eigentlich ausgelegt darauf. Und zwar deswegen, weil der Mensch ein soziales Wesen ist. In der Ökonomie wird das zum Teil hinterfragt. Und um letzten Endes zu schauen, ob die Ökonomen recht haben oder die Soziologen, haben wir einfach mal eine Computersimulation durchgeführt, die sozusagen die Evolution des Menschen nachvollzieht. Und dann findet man, ja, die Ökonomen haben schon recht, für den meisten Teil des Parameter Raums kommt der Homo Ökonomicus raus, der selbstsüchtige Optimierer, der Egoist, der nur an sich selber denkt. Aber hier gibt es so eine kleine Ecke, wo der soziale Mensch resultiert, der freundlich ist und der letzten Endes Rücksicht nimmt auf andere. Und das ist es eben spannend zu sehen, unter welchen Voraussetzungen haben wir eigentlich hier diesen sozialen Menschen als Ergebnis. Und dann stellt sich heraus, es passiert genau dann, wenn die Nachkommen, also ihre Kinder, aufwachsen bei ihnen im Vergleich zur Situation, wo die anderswo aufgezogen werden. Also eine Situation, die realistischer Weise tatsächlich vorliegt. Und dann dauert es einige Generationen, bis man von den Egoisten beginnend letzten Endes zu einer Situation kommt, wo die Leute freundlich sind und kooperativ. Und jetzt könnte man vielleicht denken, ja, dieses Gutmenschentum, das geht auf die Nerven, aber es ist gar nicht so, sondern es stellt sich heraus, dass die jenigen, die freundlich zu anderen sind, solange die anderen freundlich zu einem sind, dass wir alle mehr davon haben. Das heißt, es ist nicht etwas so, dass wir etwas opfern müssen dafür, sondern wir bekommen einen Mehrwert dadurch, dass wir rücksichtsvoll und sozial sind. Und im Ergebnis haben wir hier beginnend mit diesem Egoismus doch eine ziemlich ausgeprägte soziale Tendenz. Und das widerspiegelt sich auch in experimentellen Daten von Ryan Murphy, der übrigens hier hinten im Hörsaal sitzt, wo man sieht, ein bestimmter Prozentsatz der Leute ist tatsächlich egoistisch, wie hier gesagt, individualistisch, aber viele Menschen haben doch mehr oder weniger pro-soziale Präferenzen. Es gibt auch ein paar Leute, denen kommt es vor allem darauf an, dass sie besser sind als andere, selbst wenn es einem selber schlechter geht, die Hauptsache den anderen geht es noch schlechter. Kennen wir leider alles, aber Adam Smith war auch schon sich bewusst, dass der Mensch ein soziales Wesen haben die Ökonomen leider später nicht mehr so richtig berücksichtigt in ihren Theorien. Er sagt nämlich, however selfish men may be supposed, there evidently some principles in his nature which interest him in the fortune of others and render the happiness necessary to him though he der nothing from it. So, das muss jetzt auch in die ökonomische Theorie natürlich Eingang finden. und hier mache ich nochmal diese Simulation tatsächlich dieser Entstehung von Freundlichkeit und Kooperation und um es spannender zu machen, haben wir uns mal angeschaut den Fall von zwei Populationen, also genetisch quasi separate Populationen, wo man sich immer fragt, ja, aber entsteht letzten Endes Kooperation auch zwischen Fremden. Das ist eine spannende Frage, also wir haben jetzt zwei Populationen, Rot und Orange und Grün und Blau sind die jeweiligen freundlich kooperativen Leute. Und da schauen wir einfach mal, was passiert. Irgendwann kommen hier plötzlich solche Cluster von Freundlich und wir sehen, sobald das passiert, verbreitet sich sehr schnell die Freundlichkeit im System. Noch sind sie separat, also Blau und Grün hat sich noch nicht so richtig gemischt. Aber jetzt schauen Sie, man muss nur Geduld haben und kommen wir schon miteinander ganz gut aus. Ja, das bedeutet also, im Grunde genommen kann es zwei Arten von Ökonomie geben. Eine Ökonomie für den Homo Ökonomicus und eine Ökonomie für den Homo Soziales. Und die Frage ist, wie können wir es nun erreichen, dass der Homo Soziales nicht anfällig ist, dafür ausgenutzt zu werden. Das ist das Problem. Der Freundlichkeit kann ausgenutzt werden. Und ein Mechanismus, der helfen kann, das zu vermeiden, sind Reputationssysteme. Also wir können sozusagen Institutionen schaffen, die einer Ökonomie auf der Basis diese Homo Soziales ermöglicht. Und der Vorteil des Homo Soziales ist eben, dass er die Tragödien der Allgemeingüter überwinden kann, die wir vorher diskutiert haben, die globale Erwärmung, die Überfischung und so weiter und so fort, während das der Homo Ökonomicus nicht schafft. Und Umverteilung löst das Problem auch nicht. Also ich plädiere nicht für Umverteilung. Das Interessante ist, diese Reputationssysteme sind gut für jedermann. Also sowohl für die Händler als auch für die Käufer. Für die Käufer, weil sie letzten Endes die besseren Produkte finden und besseren Service. Für die Händler aber, weil sie einen höheren Preis nehmen können. Also machen wir das doch einfach. Und insofern stehen wir jetzt glaube ich letzten Endes im Übergang zu dieser neuen digitalen Wirtschaft der Ökonomie 4.0. Und wie wird die funktionieren? Ich denke wir werden wegkommen mehr und mehr von Top-Down Kontrolle zu einer Kultur der Ermöglichung. Das heißt weg von dieser Situation, wo alles ganz genau vorgeschrieben ist, was man zu tun und zu lassen hat, zu einer Situation, die den Menschen hilft, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Information, die ihnen ermöglichen, bessere Entscheidungen zu treffen. Und ich illustriere das gerade mal mit diesem Video. Da sehen Sie, dass trotz dieser enormen Diversität hier fast niemand anhalten muss. Das ist eine fast perfekte Selbstorganisation. Und da fragen Sie sich natürlich, warum funktioniert das nicht immer so? Das hat seine Gründe. Wir haben diesen entgegengesetzten Verkehr, nämlich separiert voneinander. Wir haben die eine Richtung hier, die andere Richtung dort und dazwischen ist ein kleiner Puffer, der den Verkehrsteilnehmern ermöglicht, die Geschwindigkeit so anzupassen, dass man gerade eine Lücke findet. Also es ist eine Frage des institutionellen Designs. und insofern geht es darum, wie können wir eigentlich Optionen, wie können wir Gelegenheiten, wie können wir Möglichkeiten kreieren. In diesem Zusammenhang ist es vielleicht interessant, Zara zu nennen. Eine Modekette, die eine der erfolgreichsten überhaupt ist. Innerhalb von wenigen Jahren hat er eigentlich immer viele Milliarden scheffeln können. Das sei ihm sehr gegönnt. Und wie hat er das gemacht? Er hat seinen Modedesignern enorm viel Freiheiten gelassen. Und dann ist folgendes passiert, Madonna trat irgendwo auf in diesem Kostüm und dann haben sie gesagt, in null kann man nichts produzieren wir das und beim nächsten Konzert in Spanien hatten alle Fans das an. Riesiger Kassenschlager, riesiger Erfolg. Das schaffen sie aber nicht, wenn sie lange Wege haben, von unten bis zur Firmenspitze und dann wieder zurück alles genehmigen lassen müssen, sondern das erfordert eine Kultur der Ermöglichung. Das geht nicht immer gut, aber im Durchschnitt funktioniert das eben besser als das, was wir im Moment oft haben. Nun können Sie vielleicht sagen, naja, das, was Sie beschreiben, Herr Helbing, hört sich alles so ein bisschen träumerisch an und utopisch wird es jemals kommen. Und da würde ich behaupten, es steht eigentlich schon vor der Tür, es ist auf dem Weg. Je mehr ich mich nämlich umschaue und insbesondere im Silicon Valley, desto mehr sieht man, dass diese Dinge tatsächlich schon unterwegs sind. Beispiel Wikipedia. Kostenlose Informationsplattformen von hunderttausenden von Leuten betrieben, von Milliarden von Menschen genutzt. Erfolgreicher als jede Enzyklopädie. GitHub, letzten Endes das Coding Portal, wo Leute ihre Codes ablegen, sie von anderen weiterbenutzen können, beschleunigt unglaublich die Entwicklung von neuen Ideen in diesem Bereich. Dann kommt mittlerweile eine Sharing-Ökonomie auf, dass plötzlich die Leute merken, Mensch, warum braucht jeder ein Auto, warum braucht jeder eine Bohrmaschine, können wir das uns nicht irgendwie ausleihen, können wir das nicht teilen und es gibt mittlerweile Portale, die das koordinieren und damit lässt sich viel Geld machen. Es ist ein Wachstumsraten von 20% in diesem Bereich. Also das ist nicht etwa Kommunismus, der hier passiert, sondern das ist ein marktwirtschaftliches Prinzip. Und dann sind auch die Prosumers unterwegs. Das heißt, die Produkte werden personalisiert, die Konsumenten werden nicht nur zum passiven Konsumenten gemacht, sondern werden gesehen als potenzieller Co-Produzent, der selber Beiträge leisten kann zur Ausgestaltung von bestimmten Produkten. Wenn Sie ein neues Haus bauen, dann kennen Sie das sicherlich, da sitzen Sie da mit dem Architekten. Wenn Sie ein teures Auto kaufen, dann wollen Sie auch natürlich Ihre einzelnen Stoffe und Ihre Felgen und alles Mögliche bestimmen. Das ist im Grunde genommen schon die Vorstufe davon. In Zukunft werden Sie vielleicht Ihre eigene Musik machen. Zu Weihnachten habe ich schon Leute getroffen, die genau das tun. Sie werden Ihre eigenen Produkte designen mit Ihren Freunden, mit Ihren Verwandten, mit Ihren Kollegen oder Leuten aus anderen Kontinenten, die sie vorher gar nicht kannten. Das können Sie dann zu Hause produzieren oder in jedem Land der Erde ausdrucken lassen auf dem 3D-Drucker. Die Plattform, die letzten Endes diese neuen Projekte und Produktionsmöglichkeiten ermöglichen, sind die sozialen Medien. Bisher nehmen wir die noch nicht so richtig ernst, weil die häufig nur zur Unterhaltung verwendet werden, aber die nächste Generation der sozialen Medien werden genau diesen Koordinationsrahmen schaffen, der es uns ermöglicht, diese Projekte selber aufzusetzen und umzusetzen. Insofern gehen wir jetzt über von einer Situation, die wir aus dem Konzert kennen, zu einer anderen, die ich Ihnen danach beschreibe. Was Sie sehen, ganz wichtig natürlich, der Dirigent, der hat alles im Griff, muss auch ein bisschen finster und furchterregend reinschauen, das Beispiel. Ja, ich kriege Gänsehaut, muss das abstellen. Also, natürlich verdanken wir dem viele wunderschöne Abende, keine Frage, das wird es auch weitergeben. Aber, Kreativität ist auch anders möglich, auf eine Art und Weise, die spontan Dinge zusammentreffen lässt. Und ein besonders unterhaltsames Beispiel habe ich Ihnen hier herausgesucht, wo letzten Endes sich Leute darauf verständigt haben, ganz einfache Regeln umzusetzen und zu interpretieren, also auszulegen. Schauen Sie sich einfach mal an, was dort passiert ist und probieren Sie es doch selber mal aus. Die Aufgabe ist, einfach einzufrieren zu einem bestimmten Zeitpunkt und sich nicht mehr zu bewegen. Wir erzählen, jeder legt es auf seine Weise aus. Also, eine Art Performance sehr gerne aus. Das ist das die ist. Wie lange ist das passiert? Ich weiß. Ich habe , Was it been going on for a while? No, it was. This guy just dropped a bit with a couple of jails. It's like everybody. Oh, my God. It's been a hundred and a hundred people frozen everywhere. This is wild. This is so hilarious. I don't either. He's getting some kind of protest, Rob. He's got an acting class. They're not moving. I can't move my car. I need some help. Never mind. Never mind. Ja, also da steht uns ja was bevor. Und ich denke, das sind große Perspektive. Und das wird alles sehr spannend. Machen Sie einfach mit. Vielen Dank. Thank you. 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 Thank you.